Herzlich Willkommen zur Galerlacht der Mündigast. Willi, meine Damen und Herren. Wie gibt's was zum Essen heute? Du brauchst eine Speisegeschmarrte Linsen, da steht alles drauf. Daraus bin ich 30 Mal gefragt, wie ist das, wenn man heute für lauter gestern einen Moment hat. Da hab ich gesagt, die haben genauso Hunger wie jeder andere Jahr. Und die sind heute froh, dass sie mal nichts da essen. Und ich bin froh, dass ich mit ihnen kochen darf. So einfach ist das. Und ich bin froh, dass sie mit ihnen gesungen sind. Wie wir sieben, die Frau und die Frau. Wie wir sieben, die Frau und die Frau. Wie wir sieben, die Frau und die Frau. Applaus Aber wenn ich jetzt so durchgehe, dann erlebe ich Leute, die zufrieden sind, wenn sie bei den Uschwillungen haben, natürlich, aber ich habe so das Gefühl, dass es eine richtig gute Stimmung ist. Und da gehört alles zusammen, nicht? Das sind seine Artisten, das ist die Musik, das ist die Räumlichkeit und natürlich auch das Essen.